Ich bin ja ziemlich großer Fan vom Smart Home und ich habe erst neulich herausgefunden, dass man jede beliebige Heizung ganz easy in 10 Sekunden in eine smarte Heizung verwandeln kann. Wir sind nämlich vor kurzem umgezogen und die Heizungsthermostate hier in der Wohnung sind alle so ein bisschen olle und abgeranzt und deswegen habe ich mir neue bestellt. Die gibt es im Internet zu kaufen, in verschiedensten Ausführungen und Preisklassen. Die hier sind von der Firma Tardo und ein bisschen teurer, können aber dafür mit dem Google Assistant gesteuert werden, was ich ziemlich feiere. Die Installation ist mega schnell, man muss die alten Thermostate einfach nur abdrehen. Bei mir waren die so ein bisschen fest, deswegen musste ich eine Rohrzange benutzen. Batterien in die neuen Thermostate rein, mit der App verbinden, draufdrehen und fertig. Jetzt kann ich genau sehen, auf wie viel Grad das Wohnzimmer gerade geheizt wird und wie die tatsächliche Innentemperatur ist. Und ich kann natürlich auch einfach sagen, hey Google, stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 17 Grad. Okay, das Schlafzimmer wird auf 17 Grad gestellt. Cool. Ich habe auch Automation eingestellt, dass abends die Temperaturen in allen Zimmern runtergeregelt wird. Das ist total praktisch, weil wir häufig vergessen, die Heizung in anderen Zimmern auszumachen, wenn wir schlafen gehen und bei den aktuellen Heizkosten haben wir so die Kosten für die neuen Thermostate im Handumdrehen wieder drin. Für mehr solche Videos folgt mir jetzt.